jetzt habe ich alle vergault wir wollen hier was ausprobieren passt ja ziemlich gut dass wir noch eine illidan nabatür dabei haben das ist gleich mal bitte in die tower laufen und dann mal gucken also du gibst mir das schild und ich mache mein schild an und dann gucken wir ob ich energie kriege ja natürlich erst erstmal die erste sache ich sag dir eine sache du wirst energie kriegen warum bist du dir da so sicher ich bin mir da so sicher weil ich glaube dass dein schild das so oder so überschreibt es geht da das ist ja auch von der animation her um dich rum so und nicht wie das hast du das schild das einfach nur deine live bar künstlich erhöht weißt du was mein heute falle so zocken hat nicht geklappt vergessen zu drücken hat er nicht die 1 gedrückt der kampf beginnt in zehn sekunden das wird ein easy win erhalte ich nicht mehr hintergrund gewalt anwendung lieben was machst du da hör mal du warst zu schnell junge was automatisiert müssen wir gleich noch mal machen er sagt wenn du es ready hast ne ja ich habe es ready aber jetzt habe ich noch eine energie das lässt mir keine energie mehr haben es ist doch trotzdem wenn er... naja egal ok ja aber ich will es besser sehen ok so jetzt machen wir es hm na tatsache ok dann ist die andere frage ähm deckt das wie finden wir das jetzt da aus gib mir mal eben ein schild gib mir mal eben ein schild das bleibt erst ab level 7 ne wie sagst du nur nein ich will meinen ob... ja ja mal gibts noch trotzdem mal 2400 ok ne das steppt nicht die anzeige bleibt genau da wo sie war das ist ja auch abgelaufen vorher gerade hm mach nochmal ooooh warte einmal mit profisch arbeiten ne ist schon wieder abgelaufen die nova hat dich vorher geschossen junge ach warte jetzt hatte ich es nicht noch früher kann doch nicht arbeiten ne auch nicht furchtbar jetzt gibts nochmal ja doch streck doch ja natürlich ha sieht man ja schon an der lifebar das ist interessant deswegen ist das ja auch jetzt mit Illidan eigentlich ziemlich geil weil ich schilde den, du schildest den, du schildest den, du willst der Action in allerweise erkannt so und jetzt haben wir natürlich Dinges ne jetzt haben wir Leeching Plasma Was ist das? Der Lifebar geht ganz schön hoch mit meinem Schild, wa? Ja. Ja. Boah, guck mal. Was denn? Den Lifebar, hast du jetzt nicht gesehen, ne? Ne. Der ist einmal, weil der, der hat mich angecharged und im gleichen Moment hat Nase so seine Wall gemacht. Dann ist der einmal um die Wall drum herum gelaufen. Ja, automatisch. Richtig geil. Ja, das ist ja auch beim Butcher so. Wenn Butcher einen anchargt und dann geht Nase im Gefängnis um einen rum, dann rennt er die ganze Zeit im Kreis und rum. Ja, genau. Das hat der Dings auch gemacht. Ja, es ist ja auch im Grunde dieselbe Fähigkeit, ne? Ja. Auf jeden Fall heilst du dich übelst hoch, wenn ich dir das Schild gebe durch Level 4 Talent, ne? Ja, da muss ich jetzt nochmal drauf achten. Warte. Soak the land man. Pick mal schon mal ein bisschen Schaden, dass ich dann, äh, eine low life bis jemand mal ein Schild verpassen kann. Oh, Leute, ich weine, ich bin tot. Hast du ein Schild? Ich bin tot. Oh. Leute, ich weine, ich bin tot. Hast du ein Schild? Ich mach hier alles für die ähh, für die Forschung. Ja, hol mal lieber ab, denn jetzt hätt ich ein Schild. Dann nicht mehr. Dann into death. Johohoho, das läuft. Johohohohohohohohohohohoho. Johohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Noobs! Ja, also, man hält sich nicht hoch. Ah ja. Schüsse. Blutrausch. Ziel bestätigt. Ups. Jetzt können wir endlich mal verlieren, lassen wir unten pushen. Weint ausgelastet. Verbindung zu Ende. Ha. Aber wenn der Tower auch noch drauf schießt, ne? Mhm. Ich hab's nur gehört. Der stand neben dem. Ich hab's gesehen. Der stand neben dem. Hat nochmal seine Ulti reingepöffert. Seine über ne Hand. Aber damit den Kampf gewonnen. Nein. Eizlukt. Eizep. Ja, gar nicht. Ich hab's gesehen. Oh, es geht noch. Das war's für heute. Oh mein Gott. Der Sneaky Klaberspaß. Das war's für heute. Das war's für heute. Also als Solo Support kannst du's auf jeden Fall knickeln. So viel kann ich sagen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das Schild ist heute mit einem Schlag weg, ne? Das war's für heute. 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 Ich ganz allein. YOLO. Ja. MVP. Nice. Das war's für heute. Das war's für heute.